...herzunehmen. Lyrik ab, bitte. Auf! Robby drückte ihren Kroh noch fester an sich, als wolle er sie damit auffordern, sich noch mehr an ihn zu schmieden. Er stüllte vor Verlangen. Sie antwortete mit halberstückten Seuftern, vertraute darauf, dass sie sie festhalten würde und gab sich ganz in der Lust hin. Wenn er doch nur endlich seine Jeans abstreiten würde. Oh, hauchte sie atemlos. Was, Baby, genau das ist. Das war's. 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 Das war's.